Das ist ein besonderes Spiel für uns. Mit dem letzten Spiel, mit dem Heimsieg, gibt es natürlich noch eine Möglichkeit. Wir brauchen zwar zwei gute Spiele, zwei gute Ergebnisse, aber das ist der Ansatz, den wir haben, logischerweise unabhängig von der Meisterschaft. Das ist ein anderer Bewerb, da sind die Chancen intakt und die wollen wir mit einem guten Spiel morgen dann weiter am Leben halten. Das ist der Zugang. Ich kann mich davon leiten lassen, was im Rundherum passiert oder ich kann versuchen, weiterhin meine Verantwortung wahrzunehmen. Meine Verantwortung ist gerade einfach gegenüber dem Verein und vor allem auch gegenüber den Spielern, dieser Verantwortung gerecht zu werden, dass man versucht, das Beste rauszuholen. Diesen Anspruch habe ich immer noch und der Aufgabe stelle ich mich auch. Wir haben morgen eine weitere Möglichkeit, mit einem positiven Ergebnis ein bisschen Vertrauen zu finden, auf der einen Seite für die Euroleague-Gruppe und natürlich auch dann für das Sonntagsspiel. Aber morgen, wie gesagt, geht es gegen einen außergewöhnlichen Gegner, gegen einen außergewöhnlichen Trainer, vor einer tollen Kulisse. Ganz einfach ein super Spiel. Vielen Dank.